So, willkommen zurück. Witcher ist aus bestimmten Gründen ein paar Mal abgestürzt, deshalb sind jetzt 5 Minuten leider verloren. Wir haben auf jeden Fall Pokergesicht fertig gemacht. So. Fight Club geht abends weiter, der Königsmörderer... Äh genau, wir wollten den Neckar. Und dazu brauchen wir die Bomben, die das Ding auslöschen, ne? Okay. Aufwertung in die Rehagenhaut. Fabienfalle. So, die Schemas bauen wir dann nicht mehr. Die kann ich eigentlich auch verkaufen, wenn ich alle gelesen habe. Oder muss man die Bomben lesen? Oder kriegt man ja... Warte mal. Ich behalte mal im Inventar, ist jetzt egal. Da müsste eigentlich alles drin sein. So, ich wollte den fragen... Ich möchte etwas kaufen. Was hat denn der für Schemas? Ja, nein. Hat der Bomben... Nee, auch nicht. Ich stelle ein Gegenstand für mich her. Ich habe hier tatsächlich alles dafür... Nee, dafür fehlen mir Zähne. Hier könnte ich... Schwere Lederjacke. Egal. Ich will, äh... Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Sogar für drei von eurer... Wir werden uns schon... Geht besser zum Markt in Flotsam. Am Wirtshaus findet ihr eine Tafel mit... Und anderer Auftrag... Wie wär's mit dem Kreis? Loredo hat viel für die Zauberin locker gemacht. Scheint... Meinst du den Kairan? Nenn ihn wie du willst. Er pragte schon unsere... Na gut. Seht wohl. Äh, ich muss erst mal Bomben herstellen für... Geht das mit Samen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich möchte etwas kaufen. Mhm, 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 mhm. Verkauft wirklich fast nur Tränke, ne? Ne, nieder Öl, keine Bomben. Ha, 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 ha. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Eine Sache ist mir künftig. Spuck's aus. Das ist ein Hexer eigentlich. Pilze? Kartoffeln? Wieso denn Kartoffeln? Ist doch auch ein Mensch aus Flaschen. So, Moment. Äh, beim Zwerg konnten wir vielleicht machen, oder? Ich muss auf jeden Fall Bomben herstellen. Was kann ich... Stelle ein Gegenstand für mich, ja. Aufwertung, Harpienfalle, Hexer, Silberschwert, Reißzahn. Ich will Samum haben. Kampuscheiße. Was kann ich für... Oder eine andere Bombe. Rune, Rune, Rune. Rune. Oh, keine Bomben haben. Hm. Was bauen wir denn dafür? Aufwertung hat eine volle Samum. Da haben wir's. Also, die Gegenstände haben wir. Das müssen wir nur noch jemanden finden, der mir das herstellt. Der macht's nicht? Nee. Sind ja schöne Verhältnisse hier. Naja, ich geh mal kurz auf die Tori, so steht bestimmt das drin. Alchemie. Ach, ja stimmt. Ich bin ja auch doof. Ich kann das selber machen hier. Alchemie. Hab ich komplett vergessen. Samum. Ich hoffe, das reicht. Mal mal zwei. So. Alchemie. Charakter. Was können wir hier noch machen? Können wir Muttergene verbessern, ne? Ich habe sowieso keine Talentpunkte, also ist egal. Äh, Zeit abraten bis abends. Okay. Jetzt kommen wir erst zu dem Typen nochmal. Also, das können wir auch machen abends, ne? Bist du der Heck? Der bin ich. Dann musst du etwas gegen... Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in... Ich dachte, er verkauft... So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistich. Du musst unbedingt erreichen, dass der Laden geschlossen wird. Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flotsam dich reichlich belohnen. Ich rede mal mit dem Händler. Hümmere ich mich drum. Alles in Ordnung? Dr. Fistek, ey. Willkommen in meinem Bescheid. Es heißt, eine deiner Räuchermischungen sei eine starke Droge. Eine Droge? Eine Gift. Der... Ich würde eigentlich gerne mal erstmal was bei dem kaufen. Ich weiß, dass etwa... Nur die Ingredienzen. Die haben mein Vermögen gekostet. Okay, lass mal kurz was. Boah, zu mir. Ich will, äh... Ähm, um mehr Sammeln herzustellen, was brauchte ich denn nochmal? Äther und Rebis. Rebis haben wir genug. Ich brauch Äther. Hybrid. Äther. So. Dann kann ich nämlich gleich noch ein paar Pumpen herstellen. Es ist eine... Eine... Der... Ich... Ja, da hast du recht. Ich stelle seit Jahren Räuchermischungen zusammen. Das war doch einfach nur ein Duft. Wie kann ich ahnen, dass die Leute anfangen, sich damit zu vergiften? Außerdem, ich kann es ihnen ja nicht verbieten. Ich glaube dir. Ja, theoretisch hat er recht. So, wenn er nur die Räuchermischung macht, dann eher nichts dafür, wenn die Leute anfangen, das als, äh... Ich sehe, du hast nicht dafür gesorgt, dass der Laden geschlossen wird. Ich zwinge doch keinen Räucherwerk zu kaufen. Möchte wissen, ob du auch so reden würdest, wenn dein Kind damit anfangen würde. Verschwinde! Lass den Leuten doch ihre Drogen. Meine, meine Güte, ey. So. Sie meint, sie liebt mich, aber wir können trotzdem nicht zusammenfassen. Alchemie. Äh, nochmal jetzt hier, Samum, genau. Alle drei herstellen. Alles klar. So, dann, ähm... Geh ich mal zu Loredo. Die können wir ja jetzt auch besuchen. Flotsam hat eine Armee. Hätsel brauchen wir hier nicht. Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Das ist doch Abend, oder nicht? Starr mit nem Pfeilen. Geld hat er nicht. Auf Jorvet! Nieder mit den Eichhörnchen! Warte ich halt noch ein bisschen hier. So, jetzt ist es schon fast dunkel. Sollte Abend gemuchst sein, oder? Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Die Grillen fangen schon an zu zirken. Soll ich Mitternacht machen? Abend ist bei den Mitternacht. Alles klar. Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heut noch was? Hör mal du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rorsch, komm schon. So, dann sind wir. In der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet klar nicht... Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen tausend Schritt weit schleudern. Man kann sie zweimal pro Minute abfeuern, aber nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes. Habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei. Ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Ross. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Ich mach das schon irgendwie. Und dieses Rudelschnapsnasen soll die Leute vor dem Reichhörnchen schützen. Ich kümmere mich jetzt einfach um die Balliste. Das sind einfache Bauern, die sie in Uniformen gesteckt haben. Äh, wo ist denn die Balliste? Okay, Ross muss auf jeden Fall für eine Ablenkung sorgen. Oder ich sorg für eine Ablenkung. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Ich nehm Spaß am Feuer mit Schnaps. Mit Schnaps und jemandem zum Dolch. Ich spüre von hier rum wie Hunde im Abfall. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Was gibt's denn? Lass uns Armdrücken messen. Ich will mich mit dir im Armdrücken messen. Und, was hab ich davon? Na, nichts. Ich mach dich rund. Und wenn ich dich rund mache? Dann kannst du damit prallen, dass du den Hexer besiegt hast. Du bist dieser Geralt? Der graue Wolf? Mhm. Gut, legen wir los. Stimmt. Du, Kleine, hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Urens. Hä? So. Oh Gott, ist das üblich. Ich nehm' Spaß und Feuer mit Schnaps. Gewonnen. Mit Schnaps und jemandem. Mutter aller Hafenuhren, der alte Hase hat mich besiegt. Ich brauch' ne Stärkung, bin was futtern. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Ich dachte, damit könntest du die Flüss ablenken. Scheiße, jetzt hast du alles geschenkt. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Angeblich. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Urens. Treib dich hier nicht rum. Treib dich hier nicht rum. Treib. Was gibt's denn? Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Hä? Irgendwie muss ich die doch ablenken oder so, ne? Possen. Der redet auch nicht mit mir. Kein Durchgang. Ja, ist ja gut. Alles klar. Fremde. Kann ich nicht ausstehen. Was war's denn? Laredo ist mir dieser Hexe Sheila zu... Geralt, komm runter. Wir müssen reden. Was will er denn jetzt? Ja, du sollst die Leute ablenken, damit ich hier machen kann. Bitte. Ja? Was hattest du dir für den Wächter an der Balliste gedacht? Ich hätte meine Methoden. Aber du wolltest das doch selber machen. Also geh und red mit den Deppen. Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wär doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachenflottsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Verzeiht ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Interessant, lass hören. Ein Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Ja, der Kairan. Natürlich. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Oder später. Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum's dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze, die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss. Ja. Die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg. Gut. Ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Gute Information. Gefällt mir. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Erstmal will ich eigentlich die Balliste abschalten. Ich gehe in den Spaß am Feuer mit Schnaps. Mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Stimmt. Du, Kleine. Hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Treib dich hier nicht drum. Und wie kann der Onkel sich das auch leisten? Mein Ohr geht sich erst einmal in den Rehen. Also ich kann weder masturbieren, äh meditieren noch ähm. Ich kann ja nichts machen. Treib dich hier nicht drum. Treib dich hier. So hab ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Kommandant. Siehst du wohl. Kämpft ihr das? Ein kleiner Elf zu gehen. Ich speichere mal. Dieben hackt man. Die Latrine ist. Dein Glück, dass der Kommandant dich sprechen will. Gehen wir. Man hat den Hexer im Garten gefasst, Kommandant. Her mit ihm und lass uns allein. Warte mal. Das gefällt mir nicht. Kann ich auch ohne, dass ich gefangen werde, da rein? Hallo. Danke. Hier hoch. Ja, tatsächlich. Hey! Dein Glück, dass der Kommandant... Okay, da muss ich mich beeilen. Sonst sieht er mich direkt. Oh, der Ladewild schon dauert aber lange. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, her... Ge 루� grüen. Ja. Das ist das gold.